Hallo, in diesem Video möchte ich aufräumen mit, was ist Kilowatt und was sind Kilowattstunden. Vor allem mit dem Hintergrund, das Kraftwerk, wie kann denn ein Kraftwerk oder eine Solaranlage 15 Kilowatt produzieren? Das ist doch blöd, ich will doch wissen, was das in einer Stunde produzieren kann, aber 15 Kilowatt, ist das dann 15 Kilowatt pro Stunde? Und warum verbraucht mein Föhn 2000 Watt? Das geht doch auch nicht. Mein Föhn, ich stelle den doch an und je nachdem, da muss doch irgendwie eine Zeiteinheit drin sein, aber was ist denn los? Und auf der anderen Seite kommt dann hier Kilowatt an, ich kriege am Ende des Monats eine Rechnung, ich hätte 15 Kilowattstunden verbraucht. Wie geht das denn? Ich habe doch für einen Monat Strom verbraucht, da müsste doch, wenn überhaupt, müsste doch dann sowas sein wie Kilowatt pro Monat verbraucht. Wie kann ich denn Kilowattstunden verbrauchen? Was sind denn? Oder muss ich jetzt nochmal Kilowatt mal 24 Stunden und mal 31 Tage rechnen, damit ich auf einen Monat komme? Irgendwie alles ganz komisch. Und wenn man dann im Internet guckt, dann sieht man auch noch so Sachen wie W und man weiß nicht, ist das jetzt Work oder sind das jetzt Watt? Lasst euch davon nicht einschüchtern. Lasst uns direkt anfangen. Erstmal die Frage, was ist eigentlich Energie? Okay, die Frage ist eigentlich echt schwer, wird sehr philosophisch, deswegen frage ich anders. Welche Einheit hat denn Energie? Energie hat die Einheit Joule, nicht Watt. Energie hat die Einheit Joule. Eine andere Art der Energie, oder nicht eine andere Art, eine andere Einheit ist zum Beispiel die Kilokalorie. Kilokalorie? Kilokalorie, ja. Oder zum Beispiel Newton mal Meter. Ich mache hier mal die Klammern drum, damit man weiß, okay, das ist eine Einheit und das ist keine Variable. Das sind alles verschiedene Einheiten für die Energie, wobei Joule gleich ein Newtonmeter ist. Was ist denn zum Teufel ein Newtonmeter? Da könnte man jetzt mit Schokolade und so ankommen, aber das lassen wir jetzt mal weg. Also ich mache das mir da alles weg hier. Okay, wichtig ist für uns, Energie ist Schwul. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar oder ihr habt eine Vorstellung davon. Okay, was man jetzt wissen muss ist, also das Kraftwerk produziert Watt. Wir machen kurz ein Kraftwerk. So, Wasserkraftwerk hier und da fließt Wasser durch. So, das produziert Watt, steht da drauf. Zum Beispiel, weiß nicht, 20 Watt produziert unser Kraftwerk. Jetzt müssen wir wissen, das darf man natürlich auch schöner schreiben. Jetzt müssen wir wissen, 1 Watt ist gleich 1 Joule pro Sekunde. Das heißt, wenn hier steht, das Kraftwerk oder die Solarzelle, die Solaranlage produziert 20 Watt, dann steht da eigentlich 20 Joule pro Sekunde. Aha, okay, jetzt haben wir schon mal was gelernt. Und zwar, da ist ja irgendwie hier doch die Zeit drin. Interessant, interessant. Das heißt, ich habe eben noch gesagt, es ist komisch, wie kann denn das Kraftwerk Strom produzieren ohne Zeitangabe. Und das ist gar nicht so, sondern die Zeitangabe ist inklusive. Die ist also von dem Watt hier einfach verschluckt. Und das ist ganz wichtig. Wenn da jetzt steht 20 Watt, dann heißt es, dass wir 20 Joule pro Sekunde produzieren. Wenn man jetzt fälschlicherweise sagen würde, wir produzieren 20 Watt pro Sekunde. Okay, schreiben ist gut. 20 Watt pro Sekunde, dann steht da eigentlich 20 Joule pro Sekunde pro Sekunde. Und das sind einfach nur 20 Joule pro Quadratsekunde. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also, das Kraftwerk produziert 20 Watt. Okay, wir machen das Ganze hier alles wieder weg. So, als nächstes gucken wir uns an. Achso, nochmal, kurz Wiederholung, ganz wichtig. Watt hat das Ding hier, die Sekunden inklusive. Und wir machen, am besten markieren wir das auch nochmal hier so in einem krellen, ekligen Grün. Super wichtig, dieser Teil hier. Okay, weiter geht's. Jetzt kommen die Wattstunden ins Spiel. Also, wir haben, natürlich, wir haben normalerweise Kilowatt, aber wir machen das jetzt nur mit Watt. Was? Sagen wir, wir haben 20 Wattstunden verbraucht. Das ist komisch. Also, im normalen Sprache gebraucht würde man ja sagen, ich habe Energie verbraucht. Jetzt stehen hier Wattstunden, also irgendwas. Das ist ja komisch. Da steht ja, man kann das jetzt mal ein bisschen mathematisch auseinandernehmen. Watt mal Stunden. Wieso muss ich denn hier mal Stunden rechnen? Was ist denn hier los? Okay, aber jetzt können wir mit unserem neuen Wissen von hier oben das Ganze mal einfach zusammenfügen und sagen, okay, 20 Wattstunden, was ist das denn? Ein Watt, haben wir gelernt, sind ein Joule durch Sekunde. Also haben wir hier 20 Joule durch Sekunde und dann steht hier nochmal Malstunde. Und das Malstunde können wir auch nochmal mathematisch einfach auflösen oder wir schreiben es einfach direkt hier rein. Eine Stunde sind 3600 Sekunden. Und dann haben wir hier 20 Joule pro Sekunde, 20 Joule durch Sekunde mal 3600 Sekunden. Und jetzt können wir nämlich kürzen und dann sehen wir folgendes. Wir zum Beispiel mit unserem sehr sparsamen Föhn haben 20 Wattstunden verbraucht. Das heißt, wir haben 20 mal 3600 Joule verbraucht. Was ist das? Das sind 72.000 Joule. Das heißt, wir haben eine Energie von 72.000 Joule verbraucht mit unserem Föhn. Okay, wir gucken uns nochmal an, was genau ist hier passiert. Warum haben wir hier die Stunden dabei? Das Problem ist folgendes. Wir haben im Watt die Zeit schon integriert. Wir haben hier im Watt ist ja die Zeit schon integriert. Und das ist ein Problem, weil wenn wir verbrauchen, dann verbrauchen wir Energie. Und Energie ist Joule. Energie hat keine Zeiteinheit bei sich dazu. Wir haben nur Joule. Wir verbrauchen nur Joule. Kurzer Ausritt. Wenn wir Probleme haben mit dem Vorstellen, stellen wir uns vor, wir haben ein Thermometer hier. So, und ich frage euch jetzt, wie warm es ist. Ihr guckt aufs Thermometer und ihr seht, guckt mal, hier ist es 7 Grad Celsius. Ihr sagt auch nicht 7 Grad Celsius pro Sekunde. 7 Grad Celsius pro Sekunde würde vielleicht eine Bewegung, zum Beispiel einen Anstieg der Temperatur beschreiben. Aber die Temperatur selbst wird das nicht beschreiben. Die Temperatur ist mehr sowas wie so eine Momentanaufnahme. Wie sieht denn der Stand? Wo ist denn der Stand hier? Und genau so sieht es mit der Energie nämlich auch aus. Stellt euch vor, so eine Art Energiethermometer, so. Und wir haben zum Beispiel 7 Joule verbraucht. Dann steht hier einfach, 7 Joule haben wir verbraucht. Wir haben nicht 7 Joule pro Sekunde verbraucht, sondern wir haben 7 Joule verbraucht. Wir haben vielleicht in einer Sekunde 7 Joule verbraucht. Man könnte auch sagen, in einer Sekunde ist die Temperatur auf 7 Grad angestiegen. Das kann man sagen, aber die Temperatur ist trotzdem 7 Grad und nicht 7 Grad pro Sekunde. Und wenn wir jetzt in einer Sekunde 7 Joule verbraucht haben, dann haben wir auch nicht 7 Joule durch Sekunde verbraucht. Das ist, was ich sagen will, ist die Sekunde, die Zeiteinheit ist nicht Teil des Verbrauchs, sondern der Verbrauch ist nur die Energie. Energie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist genau das, was wir hier unten gesehen haben. Wir haben nur Energie verbraucht. Ich kann das hier nochmal dazu schreiben. Das hier ist der Verbrauch. Das hier ist der Verbrauch. Der Verbrauch hat keine Zeitangabe. So, jetzt haben wir aber das Problem, wir kommen wieder zurück von dem Thermometer zurück. Jetzt ist es natürlich blöd. Wir haben ja jetzt hier schon im Watt die Sekunden drin. Aber für den Verbrauch müssen wir die Sekunden wieder rausrechnen. Und wenn ich aus dem Nenner irgendwas raushaben will, dann multipliziere ich es einfach mit dem Zähler, der dann so ähnlich aussieht. Und das ist genau das, ich mache das wieder weg, das ist genau das, was hier passiert ist. Wir haben hier eine Zeiteinheit und wir haben hier eine Zeiteinheit. Im Zähler und im Nenner haben wir eine Zeiteinheit. Dadurch konnten wir hier an dieser Stelle wegkürzen. Und dann kam wieder nur Joule raus, also nur die Energie. Das heißt, weil wir uns künstlich dieses blöde Watt erstellt haben, wo die Zeit rausgerechnet ist, müssen wir es nachher wieder künstlich dransetzen, um den Verbrauch richtig darzustellen, in der richtigen Einheit darzustellen. Ich mache das wieder weg hier. Das ist alles, was hier passiert ist. Okay, wenn ihr immer noch so ein bisschen Probleme habt, vielleicht nochmal, um das Ganze von einem ganz anderen Punkt anzugehen. Also das ist jetzt angegangen von, was ist Wattstunden und was ist Watt. Aber wir können ja von der anderen Seite angehen und sagen, okay, wir haben hier einen Erzeuger. Oh, man kann es auch schön schreiben. Da muss ich nur Video pausieren. Und hier haben wir einen Verbraucher. So, und der Erzeuger. Das ist auch wieder ganz schwierig hier mit dem Verbraucher. Also ganz schwierig im Sinne von mit der deutschen Sprache. Das wird komplizierter, aber vermutlich nicht so wichtig jetzt. Also der Erzeuger, wir haben unser Wasserkraftwerk. Was macht der? Was macht der? Der macht 20 Joule in der Sekunde. Das Rad dreht sich mit, keine Ahnung, 500 Umdrehungen und deswegen 500 Umdrehungen in der Sekunde. Und dadurch macht das 20 Joule in der Sekunde. Und der Verbraucher, was macht der? Ich sage jetzt einfach mal, der benutzt das, ja, ich sage mal, der benutzt 20 Joule in der Sekunde. Zum Beispiel für den Föhn. Der Erzeuger erzeugt also 20 Joule in der Sekunde. Er erzeugt die Energie 20 Joule in einer Sekunde und schickt das dann hier rüber an den Verbraucher. Übrigens, für Joule pro Sekunde gibt es auch einen Namen. Wir hatten hier den Verbrauch. Joule ist Verbrauch. Energie. Also ich könnte es hier nochmal zuschreiben. Energie. Beim Verbrauch geht es um, ich schreibe zu viel Englisch. Energie. Beim Verbrauch geht es um die Energie und um die Einheit Joule. Jetzt haben wir aber hier Joule durch Sekunden. Das ist nochmal eine andere Einheit. Das nennt man dann Leistung. Und hier beim Verbrauchen, jetzt ist es nämlich, jetzt ist es ein bisschen blöd mit dem Deutsch, wie man das im Umgang sagt. Der Verbraucher, der, ich sage jetzt, benutzt 20 Joule pro Sekunde. Hier geht es auch um eine Leistung. Also wichtig ist, hier nochmal nur zur Sicherheit, der Teil hier ist Energie und der Teil hier ist Leistung. Im Umgangssprachlichen kennt man gerade die Leistung. Wir können das nochmal ein bisschen abstrakter kurz hier hinschreiben. Im Umgangssprachlichen kennt man die Leistung. Ich schreibe das mal so. Könnte man sagen, Arbeit durch Zeit. Das heißt, wenn ich dieselbe Arbeit verrichte, aber in sehr kurzer Zeit, dann wird der Nenner, Zählernenner, wird der Nenner ganz klein. Und dann wird die Leistung sehr hoch. Wenn ich aber jetzt dieselbe Arbeit, die ich eben verrichtet habe, in sehr langer Zeit verrichte, also wenn ich sehr lange brauche, um die Arbeit zu verrichten, dann ist die Leistung nicht so hoch. Das kennt man so aus dem Alltag. Und dann kommen, das war eben das mit dem W nochmal, Arbeit, da jetzt kommt das große Problem, wo man am besten jetzt nicht, also nicht, dass der Kopf explodiert. Im Englischen wird Arbeit ja Work genannt und deswegen ist das mathematische Symbol dafür W. Und nur der Vollständigkeit halber Leistung wird im Englischen auch Power genannt und deswegen nennt man das dann P als Symbol. Wir können das hier mal ein bisschen näher ran machen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen unübersichtlich, deswegen mache ich den Teil hier jetzt auch mal weg. Übrigens, es gibt noch was anderes, man nennt das nicht unbedingt nur W. Man kann, wenn man das W jetzt nicht haben will, kann man auch sagen, okay, das ist Energie. Man kann sagen, es ist Energie, dann kann man das mit einem großen E schreiben. Unten, Entschuldigung, und unten schreiben wir keine Zeit, sondern wir schreiben ein T. Okay, dann nehme ich die Formel hier mal oben in unsere Formelsammlung auf und umrande das mal mit Grün. Oh, das wusste ich nicht. Uh, ah, das wusste ich nicht. Wer, wem kommt das bekannt vor? Okay, aber zurück zum Thema. Also, wir haben den Erzeuger, der erzeugt eine Leistung oder der hat eine Leistung von 20 Joule pro Sekunde. Er erzeugt 20 Joule in der Sekunde, er erzeugt die Energie 20 Joule in einer Sekunde. Deswegen hat er die Leistung 20 Joule pro Sekunde oder man könnte auch sagen 20 Watt. So, der Verbraucher, der benutzt 20 Joule pro Sekunde. Moment, aber man sagt doch, der verbraucht Watt. Und Watt ist ja Joule pro Sekunde. Warum sage ich denn nicht, der verbraucht jetzt 20 Watt? Weil, und, oh man, jetzt, also wie gesagt, Umgangssprache ist echt grausam. Also, man sagt zum Beispiel, der Föhn, der braucht 20 Watt. Und auf der anderen Seite, du hast im Monat 20 Wattstunden verbraucht. Jetzt steht hier, in beiden Fällen verbraucht. Und einmal haben wir hier Watt und einmal haben wir hier Wattstunden. Und das ist auch so ein Punkt, der zumindest meinen Kopf ziemlich kaputt gemacht hat. Das Schwierige und das, was man erkennen muss an der Stelle ist, dass es für Verbrauch im Deutschen einfach, oder in dieser Art und Weise des Redens, gibt es zwei verschiedene Bedeutungen. Also, lasst euch davon nicht kaputt machen. Merkt euch einfach, einfach ist gut, dass es hier eigentlich um die Leistung geht. Und, oder, und das mache ich, das finde ich noch viel besser, ich vergesse den ganzen Kram, weil ich finde das schwierig, dann mit Zeit und wo ist Zeit und wo ist keine Zeit. Ich sage einfach, okay, hier beim Erzeuger werden 20 Joule pro Sekunde erzeugt. Und hier werden 20 Joule pro Sekunde benutzt. Das macht das Ganze für mich ein bisschen klarer. Okay, die Erklärung soll erstmal nur bis hierhin gehen. Ich möchte jetzt nochmal einfach ein Beispiel durchrechnen. Das sollte nicht so schwer sein. Sagen wir, wir kriegen eine Information, wir haben in einem Tag 20 Kilowattstunden benutzt, verbraucht. Wir haben 20 Kilowattstunden verbraucht. Das steht auf unserer täglichen Abrechnung von dem Stromanbieter drauf. Also, man könnte das ja jetzt umschreiben. Lasst euch jetzt nicht verwirren, das fügt sich nachher alles zusammen. Man könnte das jetzt umschreiben, okay. Sagen wir, das wäre zum Beispiel der durchschnittliche Verbrauch, der uns hier angegeben wurde. Dann könnte man ja sagen, 20 Kilowattstunden pro Tag verbrauchen wir, könnte man so umgangssprachlich sagen. Okay, wir rechnen das einfach mal gerade durch. Durchrechnen heißt, wir splitten das alles auf. Also, wir haben 20 Kilo, dann haben wir Watt, das heißt, wir haben Joule durch Sekunde und dann mal H. Und das Ganze nochmal durch einen Tag. Okay, man könnte jetzt diese H hier nach S umrechnen, nach Sekunden, die Stunden nach Sekunden umrechnen. Das lassen wir aber. Wir machen es viel einfacher. Wir sagen, 20 Kilo Joule pro Sekunde. Und diesmal nicht pro Tag, sondern pro 24 Stunden. Und dann ist nämlich ganz praktisch, dann kürze ich nämlich den Graben weg hier. Okay, wer kann 20 durch 24 teilen? Das sind 5 Sechstel. Oh, das ist gefährlich. Das ist hier weggestrichen. Das ist weggestrichen. Das ist kein K. Kilo Joule pro Sekunde. Okay, und jetzt ganz wichtig. Wir haben 20 Kilowattstunden verbraucht. Und man könnte jetzt meinen, okay, das ist doch hier der Verbrauch, oder? Wir haben doch gerade gesagt, ein Tag, 20 Kilowattstunden, dann müsste doch das ja der Verbrauch sein. Aber hier sehen wir doch eindeutig, dass das eigentlich die Leistung ist. Was ist denn hier los? Also wir haben ja eben, ich gehe nochmal kurz hoch, wir haben ja eben gesehen, Joule durch Sekunde, das ist doch die Leistung. Also müsste doch das hier jetzt auch die Leistung sein. Aber wenn das jetzt alles gleich steht, dann heißt es doch Verbrauch, müsste doch sein, ist gleich Leistung. Okay, ich spare dir mir das hin. Verbrauch ist gleich Leistung, müsste doch hier stehen. Also was ist hier schief gelaufen? Der Punkt ist, dass das hier nicht mehr der Verbrauch ist. Ich hoffe, vielleicht der eine oder andere hat es vielleicht sogar schon gemerkt. In dem Moment, wo wir hier durch den Tag geteilt haben, ist das hier zur Leistung geworden. Im Umgangssprachlichen. Das hier ist die Leistung geworden. Und deswegen kommt am Ende natürlich, natürlich kommt am Ende auch die Leistung raus. Und wir können uns das vielleicht auch an dieser Stelle am besten mal mit einem Graph angucken. Wir haben einen Tag, hatten wir gehabt. Hier ist es 0 Uhr. Und hier ist es 1 Uhr. Und dann haben wir einen Verbrauch. Und dann zum Beispiel, wir benutzen erst mal unseren Föhn. Da geht das Ding hoch, dann verbrauchen wir viel. Und dann stellen wir den Föhn wieder aus, dann sinkt das ab. Und dann machen wir den Toaster an, geht es wieder hoch. Also wir haben hier so eine Wellenform. Okay, wie müssen wir jetzt diese Achsen beschriften? Das ist ja hier offensichtlich die Zeit. Man könnte auch sagen, das schreitet hier minütlich nach vorne. Aber was steht auf der Achse? Denkt mal kurz drüber nach. 3, 2, 1. Das sind Joule. Also und jetzt passt es auch wieder zum Umgangssprachlichen. An diesem Zeitpunkt verbrauchen wir, keine Ahnung, 1000 Joule. An diesem Zeitpunkt verbrauchen wir 1 Joule. Und das ist jetzt wie mit dem Thermometer. Wir stellen uns einfach mal hier so als Streifen vor. Und dann sagen wir einfach, okay, der Streifen, der ist hier. Das sind unsere 1000 Joule. Und dann haben wir hier, weiß nicht, 20 Joule. Die addieren wir da drauf. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Joule. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Joule. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Joule. Und dann wissen wir ganz am Ende, wenn wir hier bis hierhin alles addiert haben, wissen wir also, so viel Strom haben wir verbraucht. Das ist unser Stromometer. Ein Stromometer. Ein Stromometer. Oder ein Energiemeter. Ein Energiemeter, habe ich gesagt. Okay, aber ich will noch mal kurz ein bisschen in die Formelrichtung gehen. Und dazu mache ich das noch mal kleiner. Nur um den Kram, den wir oben berechnet haben, den will ich noch mal kurz in eine Formel schreiben. Wir wissen jetzt, wir haben hier was verbraucht. Okay, wir haben hier was verbraucht. Wir haben hier Verbrauch gehabt. Okay, was ist denn Verbrauch? Verbrauch ist Energie. Ich weiß nicht, ob man das wirklich mit einem Gleichheitszeichen jetzt schreiben darf. Aber das passt für was ich sage. Wir gehen ein bisschen weiter runter. Verbrauch ist Energie. Das heißt, jetzt wird es jetzt nicht kaputt gehen. Das heißt, Verbrauch ist Leistung mal Zeit. Achtung, jetzt nicht kaputt machen lassen. Wir wissen nämlich, dass Leistung Energie durch Zeit ist. Leistung, ich mache es noch mal hier oben drüber. Leistung ist sowas wie Joule durch Sekunde. Oder sowas wie Watt. Das ist eine Leistung. Während Energie, ich mache es auch noch mal oben drüber, ist nur Joule. Wir können das auch einfach umstellen und sagen, Verbrauch durch die Zeit ist gleich Leistung. Und wir haben ja eben gelernt, Verbrauch ist auch Energie. Man könnte auch sagen, Energie durch die Zeit ist gleich Leistung. Man könnte das auch anders schreiben und sagen, okay, Energie, wir bezeichnen unsere Energie als Joule und die Zeit machen wir in Sekunden. Dann könnte man sagen, Joule durch Sekunden ist Leistung, ist Power. Achtung, hier jetzt keine eckigen Klammern, weil es hier um ein Symbol sich handelt und nicht um eine Einheit. Nur Einheiten werden mit diesen eckigen Klammern benutzt. Okay, das Video sollte zwei Minuten gehen. Hat jetzt 18 Minuten gedauert. Ich denke, ich habe genug gelabert. Ich hoffe, es hat was gebracht. Guckt auf jeden Fall in die Beschreibung, falls ich da irgendwelche Kommentare oder Korrekturen reinmache. Falls es Fragen gibt. Auf jeden Fall stellt die Fragen. Ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Dieses Thema war für mich echt schwierig, gerade auch, weil es wenig Leute gibt, die ich wirklich fragen konnte. Und was kann ich am Ende noch sagen? Übrigens, das hier, da wird integriert. Ist das interessant? Weiß ich nicht. Egal. Vielen Dank fürs Schauen. Reingehauen.